Jo Leute, weiter geht's! Der kann niemals alle drei retten. Komm schon, du blödes Ding! Na los, Mei, ich hab dich! Oh mein Gott! Los! Los! Miles, komm schon! Nein! Wir haben dich! Wir haben dich! Wow! So, da war ja selbst beide jetzt übelst in Gefahr! Übelst! Ist Mei okay? Alle in Sicherheit! MJ, wenn du und meins nicht gewesen wärst, wär ich... So tot wie ich, wenn du mich nicht tausende Male gerettet hättest! Ich schulde dir noch ein paar Mal! Sehr schlau! Hey! Tut mir leid, dass ich's vermasselt habe! Es ist... ...nur schwierig, immer die Person zu sein, die gerettet werden muss! Ich will auch mal jemanden retten! Ich meinte nicht, dass du das nicht kannst! Noch Partner? Immer! Hey! Ich wusste nicht, ob... ...still, mit Kohlensäure, Medium, spritzig... ...oder... ...sonst was? Also hab ich... ...eine... ...von jeder! Stör ich? Nein, ähm... MJ! Miss Watson und ich besprechen die Strategie! Strategie? Ganz recht! Die Stadt ist in Gefahr! Sie braucht Hilfe! Unser aller Hilfe! Unser aller Hilfe! Okay, gut! Dann sag an, Coach! Okay! Teile und Herrsche! Miss Watson! Wir brauchen ein Antiserum gegen den Teufelsatem! Auskorb entwickelt etwas! Aber das wird garantiert Octavius und Lee in die Hände fallen! Wir müssen das Heilmittel finden und sichern! Ich geh ein paar Hinweisen nach! Malz! Du musst im Fiest Augen und Ohren offenhalten! Wenn das ist! Ruf mich an! Wir müssen das Center und die Leute dort schützen! Okay, alles klar! Und was wirst du machen? Eine Bande von kostümierten Irren nimmt die Stadt auseinander! Und ich avanchiere mich! Okay! Hey, halt! Wie ruf ich dich an? Ich mein, hast du denn ein Handy in deiner Tasche oder sowas? Miss Watson gibt dir meine Nummer! Viel Glück, Team! Du hast deine Nummer, bist du Spidermans Freundin? Das wäre so cool, wenn... Na los, Sherlock! Jetzt zeig mir doch mal deine Wassersammlung! Deine Wassersammlung! In die Traufe! Die Stadt fühlt sich etwas sicherer an! Malz ist bei Fiest! MJ sucht ein Heilmittel für den Teufelsatem! Jetzt sollte ich Otto suchen und verateln, was auch immer er geplant hat! Ja... Und jetzt sind auch die ganzen Dinger wieder frei! Geil! Hä, wo bin ich überhaupt? Hä? Achtung! Ja, dann lass uns erst mal hier weitermachen! Juri, wir müssen jetzt die Drahtzieher finden! Noch keine Spur zu Octavius? Dann lass uns erst mal hier alles runter machen! So, das haben wir! Vielleicht finde ich ja was! Ich halte dich auf dem Laufenden! Na, kein Verbrechen! Vier Stück fehlen noch an diesem Bezirk! Da! Die Häftlinge haben nicht... Auch die Häftlinge sind wieder da! Aua! Jetzt hör doch mal auf, du Fettsack! Au, jetzt schlägt der mich auch noch! Das gibt's doch nicht! Fettsack schlägt mich! Schlangenmann schlägt mich! Alle schlagen mich! Oh mein Gott, das ist Spider-Man! Gibt's ein neues Brief? 20! Endlich! Noch acht Stück! Bezirk! Da hinten war grad was! Schnell hin! Ist ja egal in welchem Bezirk! Hauptsache eins nach dem anderen! Aber da oben in dem Bezirk dachte ich, ich hätte alle! Gepanzerte Sable-Patrouille! Hä? Verstehe ich gar nicht! Theoretisch dürfte da oben nicht sein! Alle Agents in Manhattan brauchen ein Update ihres Status! Zentrale Transporter um die Ecke verfolgt der Clone! Alle würden was darum gehen mich zu töten! Aber sie dürfen in Manhattan nicht überall rumhallen! Wollt ihr mich immer noch umbringen? Hey! Man darf doch wohl hoffen! So! Hey! Der fällt einfach weiter! Was ist das denn? Böse Häftlinge! Hey! Fährt ja einfach weiter! Also sowas! Kommt hier jemand? Ach da! Lass mich doch in Ruhe, Mann! Lass mich doch in Ruhe! Lass mich doch in Ruhe! Das gibt's doch nicht! Ach da versteckt sich einer dahinter! Verrückte Horrorspritztour amtlich gestern! In Haarlem, 1 von 5. Wie ist Haarlem? Hä? Was ist mit dem Ton schon wieder? Also, ich habe keinen Bock, Säbel zu jagen, wenn ich es nicht muss. Niemand. Ganz schöner Verräter. Toll aufgepasst, aber nicht gut genug. Als da nur noch ein paar Fußspuren waren, hatte ich dich eingesprungen. Hä? Was ist das mit diesem Ton? Ohne Witz, was ist das mit dem Ton auf dem Controller hier los? Oder ist das mein Headset, was langsam am Arsch ist? Dann darf da ganz ein auf den Türmen sind welche. Okay. Um. Wo bleibt die nächste Welle? Hm. Ich brauche Opfer zur Mithilfe. Ich hole sie da raus und dann können sie bei der Polizei Anzeige erstatten. Ich hab's leider meine Visier. Alle Einheiten, Anker. Habt ihr früher gesagt, wenn ich groß bin, will ich skupelloser Unterdrücker werden? Ja, habt ihr vermutlich. Oh, jetzt hat man 200 Punkte schon. Reck'sst! 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 Hey, Verstärkung! Jetzt ist Party angesagt! BAM! Ich greife an! BAM! Ich kenne das Gefühl, kein Zuhause zu haben! Ein Glück für die Sable-Agents, dass sie gepanzert sind! Ich könnte sonst die Fassung verlieren! Gar nicht! Alter! Dieser Ton! Was ist das für die Sable-Agents? Hilfe! Ich werde von Sable-Agents angegriffen! Oh! Moment mal! Okay! Ich werde von Sable-Agents! Joach, du bist mein Mehr Nachschub! Für einen privaten Sicherheitsdienst wird es nicht besonders privat. Die Beidee sind in der Zeit. Wunderbar! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir machen jetzt mal letztes Gefechtsanzug Sind wir tatsächlich schon im letzten Gefecht Und ich glaube nur nicht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ử Halt still! Er bewegt mich schnell! Hinterher! Die Türen sind auf. Und mehr kommen her. Ey! Und hier will ich hier nichts sehen. Oh, da kommen welche. Da kommen welche. Jawohl. Oh. 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 Guter Treffer! Ich mach das fertig! Damit kommst du nicht durch! Ich mach das! Das ist ein guter Weg. Muss doch nicht. Oh Gott. Echt? Warum verlierst du? Wo rennt der hin? Ich hab ihn. Jawoll! Wille 4? Das ist so stabil. Granate! Ich war's nicht fertig! Oh, der Nachschub ist da. Cool. Okay, ihr Jungs singt Dua und ich die Melodie. Alter! Letzte Welle. Hey! Cool, euch zu sehen, Jungs! Hier gibt es keinen Nachschub. Hey, jetzt das letzte Welle? Ich hab soeben schon gelesen irgendwo. Okay. Hey, hier bin ich. Ich hab ihn. Hier kommen Schmerzen! Alter! Alter! Pschuh! Was wirst du mir wissen? Alter, ein Punkt du noch! Pschuh! Alter! 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 Jämmerliche Spinde! Oh, geschafft! Trophäe erhalten zurück in den Knast! Käpt'n, alles ruhig hier! Alle orangefarbenen Overalls sind angezählt! Gute Arbeit! Hätten Sie es in die Wohnhäuser geschafft, wäre der Schaden immens gewesen! Gute Nachricht! Ein Rikers Ausbrecher sagt, sie bauen keine Stützpunkte auf! Yes! Aus welchem Grund das denn? Du! Man könnte sie leicht über die Stützpunkte entdecken! Sie sind in kleineren Gruppen wieder auf der Flucht! Dann dauert das Einlochen zwar etwas länger, aber es ist sicherer! Vor allem für New York! Abgeschlossen! Und jetzt müsste er auf 100% stehen! 81! 81! Sträfling und Säbel verbreiten! 80 ging es wirklich noch weiter! Deswegen kam das die ganze Zeit! Ich habe die ganze Zeit hier so geguckt! Auf Schläge und Dämonen! Auf Erfolge! Scheiß drauf! Wann kommt denn das? Ich habe keinen Bock das nochmal zu machen, habe ich noch gesagt! Aber ich muss es machen! Es ging ja noch weiter! Warum sind so viele Aufträge hier noch? Die Nachbarschaft wird gerade ein bisschen ungastlich! Vielleicht kann ich den Außenposten auf... Ja, gut! was das kann es doch nicht sein und vor allem dauert es ja noch ewig bis ich hier fertig bin maximale stufe verdiene weiter gesundheit etc zu steigern schnelle erholung aufgeladener sprung und abheben truffe erhalten bessere spider-man also ich habe das maximale level erreicht level 50 einsaft ich will mich nicht einschmeicheln aber sagt sie dass ich sie als freundin schätze ich will das geschütze aufleiten wow da stehen ja schon welche die Bis jetzt sind es nur quertypis. Aber da kommt gerade der nächste. Also jetzt hier ist kein Specialtyp dabei. Es sind nur mit Pistolen oder was. Völlig schön dem, ob man gewinnt oder nicht. Garnison steuer, hierzu. Alle, wie ist Ihr Status? Der Kärftdorf gestartet. Überprüfen alle verdächtigen Personen. Diese Sable-Jungs sind viel zu brutal. Vielleicht sollte ich eingreifen. Jungs, es heißt ich liebe New York, nicht ich bekriege New York. Alter. Was? Was? Das kann es doch nicht sein. Mann! Das regt mich jetzt gerade echt auf. Aua. Aua. Jetzt hör doch mal auf, so Fettsack! Aua. Aua. Mann! Du Fettsack! Oh, ich hab den Dicken! Ah, siehst du denn mit dem Tonshow wieder? Hä? Ich hab keine Ahnung, was mein Ton manchmal hier ist. Entweder das USB-Ladekabel, komisch, oder ich weiß es nicht. Ich werd mir unbedingt mal ein neues holen. Weil jetzt kratzt es ja richtig. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch hört, aber es kratzt so ein bisschen im Hintergrund. Das gefällt mir gar nicht. Das nervt mich. So, schon wieder Sträflinge. Oh, die fahren ja noch weg. Was ist das denn? Hä? Hä? Seid ihr betrunken? Oder nur dämlich? Ich muss das beenden, bevor jemand verletzt wird. Alter, das sind vier Stück. Dann lang nicht gesehen. Freibottsch dein Kante! Was hätten es nur zwei? Jawoll! Es bleibt bei zwei! Bye! Vollkommen, ich muss ja die noch nicht mal einfangen! Wie groß ist Sable International's Personalabteilung eigentlich? Das ist sicherlich! Was? Seit wann sind diese Dinger so OP? Schwachsinn. Also ich hätte noch ein oder zwei Missionen mehr schaffen können. So ärgert es mich, weil jetzt fehlen noch fünf. Jetzt fehlen mir wieder fünf. Übrigens, hier habe ich in der vorletzten Folge die eine Mission noch beendet gehabt. Also nicht wundern. Wollte ich eigentlich schon letzte Folge sagen. Ach, hier fehlen auch fünf. Diese Sable-Jungs sind viel. Sorry, hab meinen Ausweis vergessen. Aber ein Tritt in den Hintern beweist, wer ich bin. Ach, hier bin ich. Yes. Was ist das? Was? Ich mach den Mega Move auf ihn und werd erwischt dabei. Was war das denn? Ich will den One-Hit machen und werd erwischt. Wollt ihr mich verarschen? Ja, das dauert so lange. Das will ich jetzt nicht machen. Das dauert zu lange. Ich will jetzt nur noch so viele Nebenmissionen wie möglich schaffen, bis die Stunde vorbei ist. Brücken und Tunnel werden geschlossen. Jede Menge Pendler sitzen in der Stadt fest. Andere mussten ihre Häuser verlassen, die jetzt unter Quarantäne sind. Macht schnarchen. Hä? 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 Hey. Ich muss mal die since habeeka Okay. Die Gemeinschaft für die Gruppen haste wrestling. Ich versuche die eine Stunde komplett auszureizen. Dass ich so viele Nebenmissionen wie möglich schaffe. Ja, da kommt schon eine neue. Ja. So, das war jetzt tatsächlich easy. Von wegen ich gehe jetzt in den anderen Bezirk zurück. Ja. 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 Noch mehr Typen? Mann, Silver Sable muss jede Menge Jobbörsen besuchen. Hä? Ich hing so schön an ihm dran. Wenn der sich jetzt wieder da festpackt, okay, er ist wieder frei. Weil das Problem ist, dass ich sonst wieder die Mission nicht beenden kann. Weil hier nicht das erste Mal. So, fertig. Jawoll. Ist direkt hier. Heißt das klappt? Mich berührt die tiefe Zuneigung zu euren Freunden. Ich sorge dafür, dass ihr in die gleiche Zelle wandert. Geht nicht zurück, Feierabend! Hör auf oder stopp! Die Leid! Was ist die Verkannate? Das ist erledigt! Fickt euch an! Er gewinnt! Alter! Alter! Jawoll! Irgendwie süß, dass sie ihre Freunde retten wollen. Aber nicht süß genug, um sie nicht zu verprügeln. Nächstes Verbrechen gelöst! Fiest! Hier ist Sable-Zentrale. Also wenn jetzt die Mission gleich anfängt und aufhört, werde ich aber sie beenden. Ihr seht ja, es ist immer dasselbe, aber ich werde jetzt halt die Mission fertig machen. Damit wir eben vorankommen. Ach, das gibt's doch nicht! Das kann's doch nicht sein, dass ich da drin stehe und nicht mal rauskomme. Ärgerlich. Vielleicht schaffen wir noch eins. Hm. Da ist eins. Dreck vor den Nasen. Diese Sable-Jungs sind viel zu brut... Nee? Keiner behandelt meine freundlichen Nachbarn so schlecht. Oh! 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 ich mache den haken fußtritt und wird noch erwischt dabei jetzt kann es doch nicht sein dass ich immer eins gegen alle so verliere zur letzten mission wir müssen mal über eure definition von sicherheit reden gerade habe ich gedacht wir würden die uns ausge Das ist schon das nächste Auto oder was? Proteste sind sinnvoll, aber vielleicht erst nach dem Ausnahmezustand. Drei Stück, die hätte ich dicke geschafft in der Folge, wenn ich nicht verkackt hätte. Hier fehlen auch dieselben Verbrechen. Es wurde gerade so schön angezeigt.